MLA ist vielleicht die größte Neuheit, die es bei Fernsehern dieses Jahr gibt. Aber was heißt das? Wie funktioniert es? Und muss oder zumindest sollte dein nächster Fernseher das auch haben? Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und ich werde euch in diesem Video erklären, für was MLA steht, wie viel Mehrwert es wirklich hat und ob es sich lohnt, dafür einen gewissen Aufpreis zu zahlen. Anschließend oder für alle, die MLA schon kennen, sage ich auch noch was zu den potenziellen Möglichkeiten der Zukunft beziehungsweise welche Technologie eventuell schon bald MLAs wieder obsolet machen könnte. Wenn euch diese Art von Video gefällt, dann zeigt es uns am besten mit den Buttons unter dem Video und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback in den Kommentaren. Okay, fangen wir mit der Erklärung der drei Buchstaben an. MLA steht für Micro Lens Array, was genau genommen nur ein Bestandteil der neuen Meta OLED Panels von LG Display ist. Während Panasonic oder Philips das bei deren 2023er Fernsehern auch einfach MLA nennen, heißt es bei den Fernsehern von LG Electronics Light Control Architecture oder eben Brightness Booster Max mit Light Control Architecture. Also soweit zumindest die Fernseher, welche dieses Jahr erhältlich sind oder noch sein werden. Man kann MLA auch in den ersten Monitoren finden, da kann es aber wieder hinter anderen Begriffen versteckt sein. Obwohl man nur selten davon hört, kämpfen alle Arten von Bildschirmen damit, dass nur ein Teil des Lichtes nach außen dringt. Und dabei geht es um jede Art von Lichtquelle. Seien es selbstleuchtende OLEDs oder die LEDs hinter LCD- oder TFT-Schichten. Ein Teil des Lichtes wird immer ins Panel zurückgeworfen. Dadurch entstehen eigentlich sogar mehrere Probleme. Nicht nur, dass eben etwas an Helligkeit verloren geht, sondern die Energie des gefangenen Lichtes wird teilweise in Wärme umgewandelt. Das Micro Lens Array sind jetzt Schichten mit einer Vielzahl an konvexen Linsen, welche dafür sorgen, dass eben mehr Licht nach außen kommt. Und deswegen ist das OLED-Panel mit MLA nicht nur etwas heller, sondern eben auch effizienter. Wir konnten eine solche Schicht bei Panasonic auf der CES auch einfach ausprobieren. Also diese ansonsten unscheinbare Karte, wenn man so will, einfach vor eine Lichtquelle schieben, die dann heller wurde. Laut LG Display ist diese Technik von Libellenaugen inspiriert und hat gleichzeitig auch noch den Nebeneffekt, dass der Betrachtungswinkel noch mal weiter wird. Während LG Display, also der eigentliche Hersteller der besagten OLED-Panels, das Micro Lens Array auch mit Meta-Technology bezeichnet, gehört zu den Meta-OLED-Panels ja auch noch der Meta-Booster. Das ist ein Algorithmus, der das Bild mit den besseren Möglichkeiten, die durch das MLA entstehen, optimiert. Salopp gesagt wäre es also einfach die dazugehörige Software, die eben die einzelnen Pixel noch etwas heller werden lässt, weil ja auch weniger Hitze entsteht. Okay, also eigentlich habe ich ja gerade schon gesagt, dass ein OLED-Panel dank MLA heller, effizienter und der Betrachtungswinkel noch weiter werden kann. Ich versuche das Ganze auch mal mit ein paar Zahlen etwas greifbarer zu machen, allerdings ist hierbei stets Vorsicht geboten. LG Display zum Beispiel hat auf deren Präsentation davon gesprochen, dass die Meta-OLED-Panels von Fernsehern 60% heller werden können als OLED-EX-Panels und eine Spitzenhelligkeit von über 2000 Nits erreichen. Allerdings sind über 2000 Nits das wirkliche Maximum und kommen nur dann zustande, wenn es sich um ein sehr kühles Weiß bei einem kleinen 3%-Fenster handelt. Das ist also keine möglichst exakte Einstellung. Mittlerweile haben wir aber einen möglichst exakt eingestellten LG OLED EVO G3 mit MLA testen und somit auch messen können. Der kommt dann immer noch auf eine Spitzenhelligkeit von ca. 1500 Nits bei kleinen Details im neutralen Filmmaker-Modus. Das gilt dann wieder nur für kleine Fenstergrößen. Der G3 ist aber bei jeder Fenstergröße merklich heller als sein Vorgänger G2 ohne MLA. Außerdem konnten wir noch beobachten, dass er gleichbleibend helle Szenen erst später und viel weniger herunterdimmt. Bleibt die Frage, wie viel das jetzt wert ist, beziehungsweise welcher Aufpreis dafür gerechtfertigt ist. Durch das MLA ist es eben für die OLED-Fernseher noch öfter möglich, noch näher an der EOTF zu bleiben und wenn es um eine möglichst exakte Bildqualität geht, ist dafür durchaus ein Aufpreis gerechtfertigt. Okay, ich glaube ein, zwei Dinge muss ich dazu noch etwas besser erklären. Im Normalfall sind Filme in High-Dynamic-Range in bis zu 1000 Nits Spitzenhelligkeit gemastert. Klar gibt es auch noch welche bis 4000 Nits oder eventuell sogar noch mehr, aber das ist wirklich die seltene Ausnahme und den Unterschied würde man mit einfachem Tone-Mapping kaum noch erkennen. Zwar erreicht das Panel mit MLA die 1000 Nits auch nicht immer, aber das fällt ohne direkten Vergleich mit einem Display, was das kann, wirklich kaum auf. Großflächig helle Szenen wirken einfach heller, weshalb man nicht merkt, dass diese nicht ganz so hell sind. Und wie bereits erwähnt, ist auch das Dimming über Zeit beim Schauen von Filmen, Serien oder Gaming kein Thema mehr. Einfacher gesagt, kann ein OLED mit MLA so hell werden, dass HDR-Filme im Filmmaker-Mode nahezu ohne Tone-Mapping dargestellt werden können. Also die Helligkeiten müssen quasi nie auf den begrenzten Spielraum des Fernsehers angepasst werden. Aber waren OLED-Fernseher ohne MLA da wirklich weit von weg? Naja, im direkten Vergleich zwischen einem LG OLED C3 und einem LG OLED G3 mit MLA sieht man schon, dass bei sehr hellen Szenen der G3 noch etwas näher an der Referenz bleiben kann. Doch das Ergebnis des C3 kann sich auch echt schon sehen lassen. In den meisten Szenen reicht auch dessen Spitzenhelligkeit schon für eine komplett exakte Darstellung aus. Und es geht auch mit anderer Technik. Denn als wir den G3 und den neuen Samsung QD-OLED S95C nebeneinander stehen hatten, war es echt schwierig zu sagen, welcher jetzt wirklich näher an der Referenz war. Vielleicht ist der Gedanke oder die Frage dem ein oder anderen auch schon gekommen. MLA kann man doch eigentlich auch bei anderen Displays anwenden. Also grundsätzlich schon. Gerade ein QD-OLED-Panel könnte von einem MLA auf eine ähnliche Weise profitieren. Allerdings ist die Thematik deutlich komplizierter, als vielleicht die Erklärungen in diesem Video suggerieren. Es ist auf keinen Fall so einfach, wie man vielleicht denken mag, wenn man diese Karte bei Panasonic gesehen hat. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass eine ähnliche Technologie auch irgendwann bei anderen Panels zum Einsatz kommt. Aber nur um der Frage vorwegzugreifen. Ich gehe nicht davon aus, dass das bereits nächstes Jahr der Fall sein wird. Es kann aber auch sein, dass gerade der Vorteil der geringeren Hitzeentwicklung bald gar nicht mehr so wichtig ist. Denn Universal Display, ein potenzieller Zulieferer für OLED-Panel-Hersteller, hat anscheinend bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von phosphorizierenden blauen OLEDs gemacht. Sorry, aber die Erklärung wird gleich sehr technisch bleiben. Das ist bei dem Thema kaum anders möglich. Und natürlich sind die Zahlen wieder mit Vorsicht zu genießen, weil sie ja direkt von Universal Display kommen. Zurück zum Thema. Bei OLED-Panels kommen mehrere OLED-Emitterschichten zum Einsatz. Während es bei den QD-Oleds nur blaue und grüne sind, welche mithilfe von Quantum Dots in andere Farben umgewandelt werden, sind es bei den OLEDs von LG Display blaue, grüne, gelbgrüne und rote OLED-Emitterschichten. Während alle anderen Farben schon phosphorizierende Emitter sind, war dies bisher bei den blauen OLEDs nicht möglich. Diese sind fluoreszierend. Der Mehrwert von phosphorizierenden OLEDs ist, dass nahezu die komplette Energie als Licht und nicht als Wärme abgegeben wird. Somit wären phosphorizierende blaue OLEDs nicht nur viermal so effizient, sondern die Hitzeproblematik würde auch verschwinden. Universal Display sagt, dass die Massenproduktion für 2024 geplant sei und sowohl LG Display als auch Samsung Display Interesse an der Technologie hätten. Ob man solche OLEDs also eventuell ab 2025 in den Fernsehern findet, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, aber es könnte sich um einen noch größeren Schritt handeln, als es bei MLA jetzt der Fall ist. In der Videobeschreibung findet ihr zum Beispiel Links zum neuen LG OLED Evo G3 mit MLA-Technologie oder andere Videos und Artikel, in denen wir uns auch mit der neuen Technologie beschäftigt haben. Aber was haltet ihr von MLA? Soll euer nächster Fernseher das auch haben oder habe ich euch jetzt mit den phosphorizierenden blauen OLEDs angefixt? Glaubt mir aber, das dauert noch, bis man das in Fernsehen wirklich bekommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback und den Austausch unten in den Kommentaren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Livestream oder Video, macht's gut, ciao!